flughafen stecho bei rathenow recht schön da haben sie sogar ein wasserflugzeug zu stehen aber so was kann man in deutschland leider so gut wie gar nicht fliegen weil wir hier flughafen pflicht haben gibt es in den meisten ländern nicht da kannst du auf jedem waldsee landen mit dem ding aber in deutschland natürlich nicht da ist aber nicht die bundesregierung dran schuld sondern die nazis die haben da schon eingeführt das flug die flughafen pflicht damals und seitdem gilt das die fliegen jetzt das ist technik die begeistert so ein paar anzeigen kann ich zumindest fliege seit 25 jahren microsoft flight simulator da kommt über morgen die neue version aus habe ich natürlich schon bestellt sehr cool das wäre genau meins remos airkraft wird in deutschland produziert kannte ich gar nicht die klasse naja aber wird für mich immer ein traum bleiben solange ich den flugsimulator am pc habe macht bestimmt spaß zur zweiten kiste zu fliegen auf 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 und weg